Jojo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist jetzt schon ziemlich lange her, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, lad dich doch heute mal ein bisschen Battlefield hoch. Und ja, wir spielen Battlefield 1. Das Ganze auf der PS4. Ja, ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn der Kampf gestartet hat. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, da bin ich wieder. Das Spiel hat begonnen. Und ja, wir laufen und laufen. Wir sind die Briten. Und der schallt auch ganz schön bei diesem Bayonettangriff. Nun habe ich 200 hier. Jo, dann gehen wir mal zu meiner Lieblingsposition. Äh, ist es hier? Nee. Es war ein anderes Haus. Vielleicht war es jetzt hier. Wollen wir hier mal über der Mauer lang. Doch, doch, hier ist ein MG, hier ist ein MG. Ich stehe immer am MG. Ich stehe immer am MG. Der MG ist meine Hauptposition. Und das mache ich auch immer, aber... Ach, da drüben. Scheiße. So. Hier ist die Wohnung. Oder? Nee, das ist sie auch nicht. Kacke, das sind... Hier Sturm. Irgendwann mal hier... Ach, ich glaube diese Wohnung ist es. Weil wenn es die hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und doch, die hier ist es. Hier stehe ich immer. Uah, nein. Ich will nicht runter. Kacke. Meine Kollegen werden getötet. Eiskalt erst einmal. Lass mich mal hier durch. Mann, ja siehste. Wenn man unvorsichtig ist, wird man abgeknallt. Das ist der Nachteil. So. Und wieder gespawnt. Dann gehen wir jetzt hier hochs Haus rauf. Hier hin. Hi. Und dann besetze ich das MG. Dann schießen wir dort die Tür kaputt. So, Tür ist kaputt. Und ich hoffe mal der hier hinter mir, der hält mir hier die ganzen Typen vom Hals. Wenn nicht, muss ich das machen. Geh mal kurz zu dem da rüber. Um zu einem Schnelldurchgang. Also bleibe ich jetzt nicht stehen. Außer hier vielleicht um die Tür zu zu machen. Haha. Jungs, die Tür kann man aber auch zu machen, ne? Ach, hier ist keine Tür mehr drunter. Hm, naja. Okay, wo geht's denn? Nein, da geh ich nicht durch. Oh, eine schöne Wohnung. Tür zu. Kinder merkt euch, macht im Battlefield immer alle Türen zu. Ich fühl mich so... Ich fühl mich so sicherer. Ja. Keine Panik. Oh. Nee, hier oben ist kein MG. Hi. Ich geh mal wieder in die Wohnung. Ist viel schöner da. Ähm, ja. Hier runter. Hat mir auch gar nicht wegetan. Hallo. Weil ich nur einen Abschluss krieg, ne? Weil ich nur einen Abschluss krieg, ne? Nee, die machen wir auch mal zu, ne? So. Schießen wir mal so ein kleine Bissen kaputt. Die machen wir auch mal zu. Soll ja keiner reingucken. Guck mal, da steht er. Da stehen zwei. Wär jetzt kacke, wenn das keine Gegner... Wär jetzt... äh... Zum Glück sind das keine Gegner. Ja. Bunker brechende Granate. Nee, Panzer brechende Granate heißen die ja. Ich geh mal durch hier. Oh, kacke. Scheiße. Ah, ich hatte ihn. Ich hatte ihn gesehen. Da läuft er. Ach ja. Mann, Mann, Mann. Dass die mich auch immer töten. Oh, mich. Was? Mit blöd... Mein Feind ist der Stacheldraht. Nun, nicht auf mich. So, erst mal hier das verstörte Haus. Und raus hier. Schade, ich hab gedacht. Ich hab gedacht, das Haus geht auf und kaputt. Ich geh mal... Ist hier Senfgas? Ja. Senfgas. Eindeutig. Ich geh hier hoch. Nee, YouTube ist keiner. Das ist echt... Ah, ich muss doch in der Gasmaske bleiben. Ja, die Luft scheint hier noch nicht clean zu sein. Jetzt aber? Ja, jetzt ist hier die Luft clean. Boah, ich bin nur das falsche Haus draufgeklettert. Guck, ich blöcke jetzt mal lieber unten. Und wenn ich unten bleib, kann der mich nicht kriegen, ja? Ich geh mal hier zu den Typen dorthin. So. Ah, kacke, kacke. Ah, Mann! Ich wollte doch nur zu denen da rein. Halt, ich hätte gar nicht rein gemusst. Ich hätte rauf gemusst. Naja, mir egal. Wenn ich jetzt noch einmal steppe, wähle ich eine andere Klasse. Keine Artere. Weißt du, das erinnert mich irgendwie so wie ein... wie, äh, Call of Duty. Erinnert mich irgendwie ein Call of Duty, irgendwie. Hi. Bezielst du auf mich? Hier bleib ich jetzt, oder? Hier bleib ich jetzt, oder? Da drüben ist er draus. Da laufen wir hin. Geben wir mal Feuerschutz. Oh, Mann! Jetzt werden wir hier mal... Jetzt werden wir mal eine andere Klasse, oder? Wir nehmen diese Klasse. Wir sind der Speer. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Sniper. Jetzt werden wir nur Snipern. Hier bin ich. Hier. Hier haben wir eine Medic. Und nun... Wie wollt ihr denn hin? Ich bleib jetzt bei euch. Kacke, Granate. Mann, warum habe ich die Granate erst zu spät entdeckt? Ach, kacke, das ist ja noch einer. Mann, ich wurde von der Stierhandgranate getötet. Der Fein. Hallo. Junge, wer ziehst du auf mich? Ihr solltet das dafür, dass du auf mich geschossen hast. Und wir haben eine ganz normale Pistole. Die natürlich nicht laut ist. Dazu muss man sagen, ich habe vorhin schon eine kleine Runde gezockt. Und... Die Runde war gar nicht schön. Ich habe kaum was gesehen. Scheiße, was ist hier pass... Passiert. Ja, in den Tod gestürzt. Super. Junge. Endlich spawnet mal, wo es vernünftiges ist, alter. Gehen wir mal zu unseren Kollegen. Granate. Oh, ein MG. Jolo. Kann ich durch dich hier ersetzen, ne? Ne, leider nicht. Bist du was? Warte mal. Senfgas. Ich bleib mal unten. Ich bleib mal in der Gasmaske, ja. Alter, warum ist es so neblig hier? Scheiße, was war das jetzt? Männer, es ist mir hier viel zu neblig. Granate! Oh, ne, 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 ne. Da gehen wir mal nicht durch, okay. Gib mir mal Feuerschutz, die Kollegen. Määä. Ja, kaputt machen. Halt, da war einer! Oh, das war kein so guter Schuss Wo willst du hin? Alter, lass mich nicht alleine Mach keinen Scheiß Niederlage-Scheiße Ja Leute, ich würde sagen Das war's Für heute von mir Vielleicht kommt nachher noch eine kleinere Folge GTA, ich weiß es aber noch nicht Also, ciao!